warum habe ich jetzt aufgespumpt ist hier gegangen und das ist ja jetzt das exorcist die jahre er ist mit ich ja ich da einfach mal mit dem motto um sicherlich zu schalten das geht jetzt zu sofern das ist Nini ich nicht das war das vielleicht hat sich da jetzt irgendwas geöffnet Nee Verstunden Nee nee jetzt Hör auf Hör auf einfach aufhören Gehe ich noch mal dorthin So Ich glaub das sind Zombies Scheiße Ah ich bin im Game Mode Slash Nein Oh Schnell töten Nee 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 Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Jetzt Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Shit Shit Nee Geh Ich weiß nicht ob die Karte jetzt kaputt ist Geh weg Und realmente Geh weg Geh weg Schnell Ich Geh weg probiere ich es jetzt in ein paar versionen und da mache ich jetzt einen schnitt und wir sehen uns dann ab der stelle noch mal in einer anderen version wenn es funktioniert mal schauen ja ich würde mal sagen bis nachher so und da wären wir wieder spiel es sollte es besser funktioniert funktioniert auch das licht hier jetzt läuft das alles und auch hier schön blut das war ja vorhin nicht wahr schrecklich viel bessere Effekt viel bessere Effekt die ist jetzt auch weg das funktioniert jetzt auch nur mehr mal schlimm noch ein wenig Brot das haben wir ja schon gelesen das war ja nichts ja egal gehen wir mal hier rauf na gut ich weiß nicht ob da jetzt vorne ne gehen wir gleich zu dem Ding nach vorne zu dem Öffnen des Raumes das passt das ne gehen wir mal ein guter Effekt er hört er doch wenn der Main war jetzt funktioniert es ach schön jetzt bin ich auf die 1.7.10 gewechselt 1.8 geht doch nicht so gut geht doch nicht so gut geht doch nicht so gut naja da kann ich ja nicht rein ist ja verschlossen Schlotter Karte jetzt haben wir ja eine Karte von dem Großgebäude wieder wieder oh da gehe ich mal auf die Hand Quad Office sieht man Skin den hätte ich noch ändern können aber egal den hätte ich noch ändern können ah jetzt jetzt ist es offen so so stabil läuft es nicht kommt mir schon so jetzt wieder schwa oh was war das jetzt huh 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 hu uh uh huh huh hu uh huh uh huh Uh hu huh uh das war die weg die weg den kläden ich will auf die will dass ich die spiele und die füllen du musst mir gar nicht ist ja auch nur Klaas Pistole jetzt ist es zu ich nicht so vielleicht geht das nicht nicht bitte er ist nicht vielleicht hätte ich da gar nicht raus müssen hätte ich da gar nicht raus müssen ich bin gleich gelaufen ich mache auch jeder mein PIN mache ich alles kaputt dann gehe ich mal mit demut ich weiß nicht sie hat gesagt die sind doch weg ich glaube dass ich gar nicht raus müssen bin schon keine Ahnung Swimmingpool Swimmingpool das Klo ist da wer drin ist keine Ahnung deutschliches Swimmingpool da sind die Duschen beziehungsweise Halt das Klo die Toilette ah da sind die Duschen da kann ich runter die dann bleibe ich noch hier rum da ist auch gestorben gehe ich zum Pool mal ran hätte ich gesagt vielleicht dann wird auch cool aus da ist da ist da ist er stehen geblieben vielleicht da rauf und dann reingesprungen wenn jetzt ein Jumpscap gekommen wäre hätt ich Angst gekriegt ich richtig Angst gekriegt es bewegt sich ja die gehen wir mal da weiter da ist da ist wieder die von der will ich nur weg von der will ich nur weg da runter kann nicht so sind wir schon mal auf seinem Platz hm hu 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 Storage da habe ich noch ein bisschen schon gehört also wir sind nicht die einzigen hier und geschweige dann halt auch noch von dem Gast aber der zählt ja nicht finde ich für's noch für's Quartus hm 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 da würde ich auch gern ran keine Ahnung ob ich da her soll oder da rauf schau mal da rauf ich schau mal ich schau mal ich schau mal Baseballschläger mit Nägeln drinnen hm so wir müssen uns wehren so so got my intense luck get someone to sort the dem wiring out it's older than my mother older than my mother every time every time we run an execution that dem electric chair shorts the power to the doors in the stuff block some get opened some get opened others shut it's a security risk fry a prisoner at night and the whole stuff block opens up if all of us sleep in there we would have thought the disappearance of officer Jacobs would have speed up this repair ok irgendwie der elektrische Stuhl so eine Art Stromausfall gemacht hat hervorgerufen und die türen sind in meinem block ausgefallen und sind halt aufgegangen und die ganzen officer halt die wächter sind eingeschlafen und officer Jacobs ist irgendwie verschwunden sind wir von get it so tut naja sie wenig sicher fühle ich mich jetzt durch dieses bis zu schlägen ich weiß nicht ob mich da hinlässt da komme ich nicht dran da komme ich da rauf da komme ich da rauf so ne 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 sich ich ein wenig höher stellen so hier so hoch die mausempfindigkeit man nicht Exekutionsanschauplatz Da ist nix Das ist jeder Block Aber dort ist offen So, gehen wir mal dorthin